BR 2018 BR 2018 Raketenflieger Timmy. Alles super, Roger Pups okay an Bord? Alles super, Roger Pups okay an Bord? Start frei für ein neues Weltraumabenteuer. Yippie! Ups. Teddy not Teddy? Ihr Raketenflieger Timmy. Was machst du denn da? Ich mache nur ein bisschen sauber. Wenn wir zum Planeten kommen... Muss alles sauber sein, verstehe. Was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Müll? Tür auf, Müll raus, Tür zu. Klasse! Aber... Oh je! Der Müll fliegt direkt zum Planeten. Festhalten! Wir müssen die Mülltüte wieder einfangen! Oh! Hopp, hopp! Psss! Hopp! Ah! Hopp! Ah! Wie sauber hier alles ist! Kein bisschen Müll! Vorsicht! Das ist ja noch einmal gut gegangen. Unsere Mülltüte! Was ist denn los? Ist das passiert? Guten Tag, ich bin Raketenflieger Timmy. Und das ist... Müll! 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 Müll darf hier nicht sein! Hier ist alles sauber! Denn hier ist der Sauerplanet! Oh ja! Das wissen wir! Und es tut uns leid, dass unser Müll hier gelandet ist! Oh! Das passiert leider immer wieder! Wie? Immer wieder? Immer wieder! Oh! Oh! Schon wieder! Mannu! Das ist ja seltsam! Sehr seltsam! Außer ordentlich seltsam! Aber ich muss jetzt weiter! Gute Reise! Wir müssen sofort hinterher! Wem denn hinterher? Dem Müll! Jetzt! Halt! 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 Sofort anhalten! Was ist denn? Was macht ihr denn mit dem ganzen Müll? Den schießen wir in das Weltall! Aufgepasst! Oh! Also da wundere ich mich gar nicht mehr! Überhaupt nicht mehr! Wieso? Weil der Müll natürlich immer wieder runterfällt! Patsch! Da ist was dran! Aber was sollen wir denn mit dem ganzen Müll machen? Vielleicht wäre es das Beste? Wenn man gar keinen Müll macht? Hm? Wie soll das denn gehen? Einfach probieren! Hm? Probieren? Hm? Hey Leute! Ja? Ja? Was denn? Was ist denn los? Wisst ihr was? Wir machen ab heute keinen Müll mehr! Klasse! Super! Endlich kein Müll! Super! Ich hatte schon lange keine Lust mehr! Gut, dass damit jetzt Schluss ist! Klasse! Juhu! Alles wird ganz sauber! Super! Oh, schade! Wir müssen wieder! Tschüss! Moment! Hm? Aber den nehmt ihr schön wieder mit! Ja, natürlich! Hier ist der Sauberplanet! Und wir machen ja keinen Müll mehr! Ganz genau! Hopp! Hopp! Bziu! Hopp! Und was machen wir jetzt mit unserem Müll? Wir fliegen zum Müllplaneten! Eine gute Idee! Eine richtig gute Idee! Alles Super-Watcher-Pups okay an Bord? Alles Super-Watcher-Pups okay an Bord? Alles Super-Watcher-Pups okay an Bord! Dann eine extra Funktion Schlaf für alle! Jippie! Müllepa-Pups! Ach 있는데! FEDU-E